Als einer der Sänger der Gruppe Die Priester will ich euch alle in Deutschland Mut zu sprechen in dieser Krisenzeit. Diese Zeit birgt auch etwas Positives in sich. Hashtag Wir Bleiben Zu Hause, das heißt für mich mal Zeit haben für ein spannendes Buch. Hashtag Wir Bleiben Zu Hause bedeutet auch für mich, den beginnenden Frühling mit all seinen Düften und verschiedenen Pastellfarben zu genießen. Hashtag Wir Bleiben Zu Hause bedeutet ebenso für mich, dass ich an all die denke, mit denen ich verbunden bin. Mit meinen Eltern, Geschwistern und Freunden und mit meinen Schülern und Schülerinnen. Hashtag Wir Bleiben Zu Hause, das heißt für mich schließlich auch, dieser Zeit etwas Positives abzuringen und sich nicht irre machen zu lassen. Auf Klugheit bauen und der Gottesnähe vertrauen. Hashtag Wir Bleiben Zu Hause. Zusammen gegen Corona Wir Bleiben Zu Hause Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit